Heimat. Echtes Handwerk. Faire Preise. Hallo und willkommen in meiner kleinen Fleischerei. Seit 1936 produziert unser kleiner Familienbetrieb traditionelle Rezepte neu interpretiert. Vom 5. bis 9. November erhalten Sie unsere Schweineleber für nur 99 Cent pro Kilogramm. Und unseren gut gewürzten Hackepeter zum Preis von nur 4,44 Euro. Neu im Angebot unsere köstlichen Suppen wie Gulaschsuppe, Solyanka und Kartoffelsuppe hergestellt aus unserer Wurstbrühe mit dem besonderen Aroma. Da ist für jeden etwas dabei. Hier stimmt die Qualität. Fleischerei Preuss, Ihr Fleischerfachgeschäft in Lauchhammer. Weil es nicht Wurst ist, wo man Wurst isst.